Helene Fischer, ein Idol für viele Schlagerfans, ist auch Helene Fischer. Sie ist schließlich schön, sympathisch und erfolgreich. Über ihre private Wohnsituation ist allerdings nicht viel bekannt. Gerüchten zufolge baut sie sich derzeit mit ihrem neuen Freund ein Liebesnest am Ammersee. Doch sie besitzt noch zahlreiche weitere Wohnungen und Villen, sowohl in Deutschland als auch auf Mallorca. Sie gilt daher als rastlos und scheint stetig zwischen ihren verschiedenen Residenzen zu pendeln, je nachdem, wonach ihr gerade der Sinn steht. Mal hält sie sich im Hamburger Marco Polo Tower auf. In der Stadt also, in der sie auch aufgewachsen ist. Mal ist sie am Starnberger See und mal auf Mallorca. Um ihren Kopf zu lüften, wie sie selbst es gerne formuliert. Und auch, wenn es um ihr Privatleben geht, erscheint Helene Fischer irgendwie rastlos. Die mittlerweile 35-Jährige spricht immer wieder davon, eines Tages heiraten und Mutter werden zu wollen. Dennoch scheinen diese Pläne auch mit ihrem derzeitigen Lebenspartner nicht in Sicht zu sein. Stattdessen widmet sie sich voll und ganz ihrer Karriere, wenn sie nicht gerade musikalisch aktiv ist. Trainiert sie hart für den Traumboddy und ihre Kondition, um auf der Bühne die Fans begeistern zu können. Zudem achtet sie sehr auf ihre Gesundheit und schwört dabei auf die Wunderknolle Ingwer. Auf das Frühstück könnte sie niemals verzichten, verrät die schöne Blondine außerdem. Dieses sei für sie die wichtigste Mahlzeit des Tages. Schokolade und weitere Nerschereien seien hingegen tabu und bei ihrer gesamten Ernährung achte sie auf einen hohen Proteinanteil. Hat sie mal keine Gelegenheit, um in ein Fitnessstudio zu gehen, trainiert sie zu Hause oder im Hotelzimmer. Damit sie dieses straffe private sowie berufliche Programm durchhalten kann. Hat ausreichend Schlaf für sie ebenfalls höchste Priorität. Tipps, der Lifestyle von Helene Fischer ist also deutlich extravaganter als jener von Andrea Berg und somit dürfte es schwierig sein, ein vergleichbares Leben zu führen. Dennoch gibt es auch bei ihr viele Punkte, die gerne imitiert werden dürfen. Das gilt einerseits für die Ernährungsgewohnheiten. Ausreichend Schlaf, viel Bewegung und ein Bewusstsein dafür, wie wichtig die eigene Gesundheit ist. Wer es sich leisten kann, kann natürlich im Alltag hin und wieder Abstecher in andere Länder machen. Um beispielsweise bei einem Wochenendtrip vom Stress abschalten und etwas Neues erleben zu können. Schließlich müssen die Unterkünfte einem ja nicht selbst gehören. Sondern auch zur Miete stehen viele Hotels oder Ferienwohnungen zur Auswahl. Wer abseits der Hauptsaison reist, kann hierbei ein echtes Schnäppchen machen. Wer hingegen ebenso wie Helene bislang Probleme damit hat, sesshaft zu werden, der sollte sich einmal selbst fragen, was ihm oder ihr im Leben tatsächlich wichtig ist. Denn mit 35 Jahren ist es langsam an der Zeit, den eigenen Kinderwunsch zu realisieren, wenn ein solcher besteht. Schließlich ist die Chance auf eine Schwangerschaft geringer, je älter die Mutter ist und simultan steigt die Gefahr von Komplikationen während der Schwangerschaft oder Geburt sowie von Behinderungen des Kindes. Auch Helene Fischer ist somit nicht in allen Belangen ein perfektes Vorbild. Dennoch können die Fans durchaus viel von ihr lernen. Und da bin ich auf identifies, wie ich Sie da austrich ausführen. Ich verstehe, dass das in der Zeit in der Zeit. Und bin ich nicht so gut, mich nicht so gut, wenn ich jetzt gar nicht so gutASON bin. Und das war ein gut, Ichzilter und weil das war ein gut von Komplikationen Ich habe eine Frage an,